Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Tom Brady, wir müssen da hinten hin, alles klar. Gut, ja, letztens haben wir hier in dieser verlassenen Bergsiedlung die ganzen Gegner noch ausgeschalten. Das war vielleicht knappe Sache, ey. Naja, knapp jetzt auch nicht unbedingt, aber es war schon anstrengend. So, wir müssen da ganz hinten, okay. Gibt es hier, da gibt es noch eine Kiste mit ein paar Sachen, die nehmen wir gerne mit. Ein bisschen Loot und drei Teile für Gewehr gefunden. Das heißt, wir können ein neues Upgrade für Gewehr machen. Was ist das da unten? Das ist ein Wildschwein. Das würde ich gerne haben. Haben wir es? Wir haben es. Super, wie komme ich jetzt runter? Nein, ich will eigentlich da runter. Danke, Lara. Das nehmen wir gerne mit, Pfeile nehmen wir mit, danke. Ähm. Ja, dann gehen wir jetzt einfach runter. Runter. So. Ja. Ai, ai, ai. Ähm. Ist ein bisschen her, dass ich Tom Brady jetzt aufgenommen habe, ein paar Tage. Fünf Tage oder so. Vier, fünf. Ach, hier bin ich jetzt. Oh, warte mal, wo muss ich hin? Da. Oh. Ähm. Na toll. Oh, toll. Oh, Maxi, du bist super Held. Wow. Ich bin begeistert. Äh, ja. Ja, drei Tage oder so. Ähm. Weiß nicht, ich hab halt mega im Voraus produziert, so, die letzten Tage. So. Vor, ähm, vor dem ersten halt noch. Hätte, glaube ich, vier Parts Tomb Raider oder so. Dann halt am zweiten nochmal zwei Parts oder so aufgenommen. Ne, ein Part, ein Part aufgenommen. Dann City Skylines würde ich bei Part 8 schon aufgenommen jetzt. Und nur Mystery Dungeon hab ich halt nie irgendwie vorproduziert. Weil ich, ich hab momentan nicht so Lust, das jetzt so mega durchzusuchten. Ich weiß nicht, irgendwie reicht es mir, so zwei Parts vielleicht, wenn's hochkommt, von Mystery Dungeon aufzunehmen. Und dann nicht mehr. Und, ja, ich weiß nicht, ich hab halt nicht so den Nerv dazu. Ich will das Projekt auch eigentlich nur noch hinter mir bringen, weil ich, ich hab irgendwie nicht mehr so viel Lust auf Mystery Dungeon. Weil, weiß ich nicht, es ist, äh, es wird jetzt mittlerweile nach einer Zeit langweilig. Ich will auch nur noch eigentlich bis zur Bonus-Episode mit der Zukunft kommen. So ganz dringend. So, hier muss ich jetzt aber lang, ne? Genau. Ähm. Ja, bis zur Bonus-Episode mit der Zukunft kommen ganz dringend. Und Hauptstory-mäßig will ich eigentlich nichts mehr wirklich unbedingt erreichen. Ich mein, ich wär schon ganz cool, aber, das ist es cool. Aber ich bin jetzt nicht so unbedingt auf dem Trip, alles erreichen zu müssen. Ah! Der war gut. Du hast dich super versteckt. Wie kann ich nochmal umschalten, zu Feuer fallen? Okay. Äh. Ich weiß nicht mehr, wie ich umschalten konnte, zu Feuer fallen. Aber, es wirkt ja auch so ganz gut. Ganz aber ausgewichen ist. Komm her. Okay, super. Den haben wir, den haben wir. Ich bin grad wieder ein bisschen zu still, glaub ich. Von wo? Von da. Von da oben auch noch. Oh, lol. Ich hab den da oben, da oben hab ich gar nicht gesehen. Shit. Ich hab auch nicht gecheckt, woher das gerade kam. Ich weiß nicht mehr, wie kam ich nochmal zu den Feuer fallen. Ne, das ist das, äh, Ranzoom. Q, E. Komm. F, F. Oh, super. Da ist noch einer, okay. Den haben wir. Den haben wir, den haben wir. Jetzt kommt der hier wieder, super. Haben wir immer noch nicht, was? Jetzt aber. Super. Okay. Den haben wir. Vielleicht sollte ich auch nicht immer nur mit dem Bogen schießen, aber ich weiß nicht. Ich feier den Bogen. Ich spiel gerne mit dem Bogen. Wo? 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 Von da hinten. Von da oben. Haben wir? Ich glaub, wir haben alle. Ei, 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 ei. Okay, wir ignorieren mal die ganzen Sachen, die wir, die, die gedroppt haben, etc. Müssen wir halt immer noch nach da. Kommen wir denn dort durch? Ach, doch da, mit dem Rad, mit dem Rad, mit dem Rad. Und E drücken. Ne, ich drück doch E. Wahrscheinlich, weil es so laggt oder so. Ich lag gerade und er nimmt meine E-Taste, wie es aussieht, nicht an. Komm. Drücken Sie wiederholt E, um zu kurbeln. Ja, hä? Mach ich doch. Ihr hört das, oder? Ach, warte mal. So, wie war das jetzt nochmal mit dem Feuer fallen? Ähm. Äh? Hä? Nein. Scheiße, wie war das nochmal mit dem Feuer fallen? Das war die Seite wechseln. Das war auch falsch. Ähm. Ach ja, einfach nur nochmal eins drücken. Genau, alles klar. Ja, okay. Hä, hä. So, jetzt kann ich aber die Dings hoch machen. Ja, okay. Ja, jetzt ist alles klar. Oh, komm schon. Ich presse diesen E-Druck, diesen E-Button. Oh. Jetzt mach... Oh, ich hab keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, wie sehr man das hört. Aber... Äh, ich möglicherweise schon so ein bisschen. Äh, da ist ein Lager. Hä, ich weiß es nicht. Egal. Äh, da runterfallen will ich jetzt nicht unbedingt. Aber hierdurch kann ich auch nicht. Da kann ich noch lang. So ganz sneaky irgendwo lang schleichen. Äh, das kann ich mit einer Schrotflinte aufschießen. Toll, hier ist Munition drin. Ach so. Und noch ein Buch. Ähm. Ja gut, die ganzen Bücher und so. Das interessiert mich halt nicht unbedingt. Brennend. Ich... Das hab ich ja schon gesagt. Das ignorier ich eigentlich. Jetzt das meiste. Ich werd das Spiel eh nicht zu 100% durchspiel. Mich interessiert bei diesem Spiel echt nur die Story. Wie können die so leben? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, Lara. Echt keine Ahnung. Ich find's nur kacke bei dem Spiel, dass man... Ja, dass der... Die SFX, die Soundeffekte... Und... Die, 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 die... Ähm... Sprachen halt auf einem... Slot sind. Und... Komm schon. Der ist angezündet worden. Okay, alles klar. Okay. Ach da oben, es will. Ach so. Das war ein sexy Jump, Lara. Ich hab den schon gesehen. Nein, sag jetzt nicht... Doch, komm schon. Den da oben. Kann ich die Fässer entzünden? Ich weiß es nicht. Ich glaub nicht. Aua. Zack. Zack. Wo ist der denn? Ich seh den. Ich seh den. Da ist der. Wie viele wollen da oben denn noch kommen? Hm. Wo werfen die denn? Da oben. Kann ich das zurückwerfen oder so? Geht da runter und nehm sie rum. Hää. Als ob ich nicht getroffen hab. Ich kämpfe jetzt einfach im Nahkampf, im Nahkampf, im Nahkampf. Okay, 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 okay. Okay, ich hab keine Munition mehr. Für die Pfeile. Okay, den hab ich. Ich bin halt so schlecht. Mein Aim ist in Shootern sowieso totaler Bullshit. Wie ihr seht. Wie ihr seht. Okay. Die Pistole ist eh nicht die geilste Waffe. Die Distanz. Okay, da kommt noch einer. Kann ich hiermit auch zoomen? Ja, hier kann ich auch zoomen. Von wo? Lara, du lebst noch. Klar. Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt. Aber ich weiß wo. Komm raus, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komm ich nicht raus. Äh, verdammt. Aber die haben ja eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommt sie ja damit über die andere Seite. Okay. Schon unterwegs. Okay. Hoffentlich mal. Verdammt, ich hab keine. Nein. Ich brauch neue Pfeile. Haben die neue Pfeile? Achso, nein. Als ob der, als ob der da drauf reagiert. Und mir sagt, dass ich nicht runter, nicht wieder runterfahren soll. Oh, warte. Nein. Ja, egal. Ähm. Muss ich jetzt echt diesen ganzen Weg latschen? Ist ja behindert. Pfeile. Schöne Sache. Ich liebe Pfeile. Pfeile schießt ich sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Vielleicht nutze ich sie deswegen so häufig. Ich weiß nicht. Irgendwie damit... Habe ich das dann gezündet? Ne, er. So, er brennt auch. Alles klar. Alle verbrannt. Und... Noch mehr Pfeile snacken. Genau. Schöne Sache, danke. Okay, gut. Achso. Hier lang. Erstmal den da oben. Wenn ich treffen würde. Habe ich. Sehr gut. Oh fuck. Also Bombe. Ich habe es doch gesehen. Oh, weißt du was? Den erledige ich jetzt so. Wie viel hättet ihr denn los? Komm schon. Jetzt geht drauf. Danke. Oh, du heilige Kacke. Ich bin... Ey. Ne. Ah, okay. Wartet. Super. Das könnte ich doch noch alles erkunden, glaube ich. Aber... Nee. Oh, nein. Oh, nee. Gehe ich nur zur Sturmgewehr jetzt? Mhm. Sehr gut. Kann man da noch mehr? Eigentlich ja, oder nicht? Ich erwarte auf jeden Fall noch ein paar. Aber ich will hier oben stehen bleiben. Ich mag diesen Spot. Ich fühle mich hier irgendwie sicherer. Der ist dort. Der auch. Der auch. Da ist noch einer. Den habe ich gesehen. Alles klar. Da oben ist auch noch einer. Okay. Konzentration. Ja, komm her. Super. Schön. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da war noch einer. Da ist auch noch einer. Als ob der der Headshot überlebt hat. Okay, der ist auch besiegt. Da ist noch einer. Genau der. Nein. Okay. Ich habe mal keine Munition mehr. Okay. Den habe ich. Habe ich alle? Ich glaube, ich habe alle. Ja, ich habe alle. Okay. Okay. So, sagt mir jetzt bloß, ich muss einen präzisen Schuss machen. Der Typ ist aber gut. Was steht denn der jetzt? Hä? Müsst ihr denn nicht eigentlich da sein? Ha. Kann ich mal... Ach, hier muss ich ankommen wahrscheinlich. Ja, alles klar. Das kann ich nicht benutzen, aber das hier. Okay. Alles klar. Alles klar. Gut. Der Part wäre jetzt eigentlich zu Ende, aber ich mache jetzt mal eine kleine Aufnahme-Session. Muss auch mal sein. Mal wieder. Und so habe ich einfach wieder bald keine Parts mehr und das ist dann... Ach, bad ass fuck. Hier ran. Und wieder hochklettern. Schön. Ich liebe Klettern. Es macht so Spaß zu klettern. So, die ganze Zeit. Oh, shit. Oh, shit. Ach, lol. Ah. Nein. Ah. Oh, Gott. Ich habe gecheckt, dass das eine Kletterwand ist, aber... Ich habe sie. Oder auch nicht. Scheiße. Ich gebe dir Feuerschutz. Du kannst nach oben klettern. Gott sei Dank. Er hat überlebt, Alter. Jo. Ja, GG. Er hat überlebt. Ne, das ist eine andere. Ross. Ja? Grimm ist tot. Sie wollten ihn als Druckmittel einsetzen, damit ich aufgebe. Er hat's verhindert. Grimm, du. Stur, Mistkerl. Es tut mir so leid, Ross. Nein. Sei nicht traurig, Lara. Mach was draus. Wir trinken einen auf den alten Mann, wenn ihr hier weg seid. Ja. Ich versuche, näher heranzukommen. Kannst du mir noch mein Deck umgeben? Ja. Ich habe ein freies Schussfeld bis zu den Palastmauern. Okay. Yo.